Servus aus Bayer Metals und herzlich willkommen zu einem neuen Fashion Haul aus unserem Online-Shop. Und zwar ist das Thema schon ein bisschen Herbstmode. Seht ihr jetzt hier schon an den Farben. Und ich möchte euch jetzt auf jeden Fall wieder neue Teile aus unserem Online-Shop zeigen. Ich starte auch gleich und zwar mit diesem schönen Kleid. Das ist auch wieder so ein tolles Blusenkleid in einer wunderschönen Herbstfarbe schon in Braun. Und zwar hier mit diesem blauen Streifen eingearbeitet. Es ist sehr, sehr weit. Ich habe es jetzt hier mit einem Gürtel mal angezogen, damit ihr das seht. Man kann das natürlich auch ein bisschen figurbetonter machen. Aber ich zeige es euch jetzt auf jeden Fall mal ohne Gürtel, damit ihr das Kleid sehen könnt. Also ihr seht schon, es ist hier wirklich sehr, sehr weit, sehr schön. Ihr könnt es auch als Jacke anziehen. Die Größenempfehlung mache ich nur bis Größe 42, vielleicht kleine 44, denn sonst könnte es hier unten vielleicht an den Armen ein bisschen eng werden. Ja, es ist ein tolles Kleid aus unserem Online-Shop und es gibt es auch noch in anderen Farben. Ja, ich habe jetzt hier zu diesem Kleid unseren neuen Currygan Barbara dazu angezogen, weil das einfach auch in diesem tollen Braunton ist. Ist also wirklich eine mega Kombination, ist also best match, würde ich sagen. Ich zeige euch nochmal hier die Farbe hier zum Beispiel. Seht, ich habe jetzt auch eine Kette dran getan. Und so habt ihr einfach schon mal einen tollen, tollen Herbstlook. Dann habe ich das nächste Kleid für euch an und auch das ist wieder wunderschön. Und zwar geht es ein bisschen so ins Beige-Rot, hat hier auch wieder mit Schwarz abgesetzt, so tolles Muster. Ist also eigentlich auch ein sehr federleichtes Kleid. Ja, der Ausschnitt, der ist nicht ganz so groß wie das Kleid soeben. Die Länge finde ich auch sehr schön. Ich bin 1,64, ich habe jetzt hier ein bisschen einen Absatz und passt euch auf jeden Fall bis zu einer Größe 42. Und ich zeige euch jetzt auf jeden Fall unsere neue Slickjacke dazu. Dann habe ich auch eine ganz neue Jacke für euch im Shop. Und zwar ist es dieses kuschelige Teil. Ich kann euch sagen, mega kuschelig. Ich habe es jetzt hier drüber gezogen, hat auch eine schöne Länge. Ich fotografiere das alles auch noch an der Jeans, damit ihr die genauen Details seht. Hat hier auf jeden Fall zwei Taschen, kratzt kein bisschen und ist das absolute Herbstmastet. Ja, dann habe ich das nächste Kleidchen für euch an und es hat wirklich ein ganz ein schönes Muster. Hier auch mit diesen Dreiviertelärmel und die Farben, die sind also auch schon spätsommerlich, herbstlich. Und auch hier passen schön unsere Strickjacken dazu und das zeige ich euch jetzt auf jeden Fall noch. Passend tut euch das Kleid auf jeden Fall wieder bis Größe 42. Und ihr seht schon, hier wäre es vielleicht wirklich mit einer kleinen Branche, wer das nicht mag. Oder wenn man auch in einer Kette drüber tut, dann hält das auch ein bisschen zusammen, wer also keinen so einen tiefen Ausschnitt mag. Ich habe jetzt diese kuschelige Longjack auch in so einem zarten Rosa, das habe ich jetzt drüber angezogen. Finde ich also auch sehr schön, das findet sich also auch in dem Kleid wieder. Also ich habe schon Sprachstörungen, denn ich kann sagen, es ist wirklich sehr, sehr heiß heute. Ja, es ist einfach auch wieder ein mega toller Look und ihr könnt es auch wieder schön mit dem Gürtel oder ihr könnt auch hier die Strickjacke machen mit dem Gürtel. Es sieht auch sehr schön aus, vielleicht zeige ich euch das auch mal noch vor dem Spiegel. Ist also auch wieder ein Perfekt Match. Musik 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 Musik